Willkommen zurück zu The Legend of Zelda, The Minish Cap. Wir kürzen eben fix ab und gehen hier rüber. So, wir haben jetzt 19.40 Uhr, das heißt bis 55. So, jetzt warten hier überall diese komischen Ritter und mitunter zwei von denen, was mir nicht gefallen mag. So, kümmern wir uns erstmal hier um den mit dem roten Schild. Wobei, ich kümmere mich um die, um die ich treffe. Kann ich vielleicht mit den Pegasus-Stiefeln ein bisschen besser haushalten? So, ja, sehr schön. Ja, Muscheln haben wir eigentlich genug. Ähm, ja, jetzt können wir nämlich hier runter. Oh Gott. Oh Gott. Das war sogar, das könnte sogar dasselbe Rätsel gewesen sein wie bei Lufia. Also das ist exakt selber. So, kann ich mit den Dingern hier irgendwas machen? Vielleicht mit irgendeinem Fragmenteverein? Kann ja sein. So. Okay. Ah, jetzt können wir hier hinter. Okay. Jetzt kommen wir hier hinten raus. So. Ich hasse Gegner, die man nur so von der Seite an ditschen kann. Scheiße, das liegt jetzt nicht mehr da, ne? Ne. Ähm. Was ist unten? Ist ein Raum. Oben ist eine Kiste. Dann würde ich gerne nach unten erstmal. So. Feen? 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 Nein. Keine Feen. Feen? Schauen wir mal oben. Da ist eine Kiste. Ich nehme an, dass hier ein Schlüssel drin ist. So. Schlüssel Nummer 1 von 4. La 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 la. Ich liebe diese Musik, ne? So. Können wir? Ne. Können wir nicht? Aber ich kriege gerade eine ungefähre Vorstellung, wie dieses Dungeon aussieht. So. Also so rein äußerlich. Komm, jetzt können wir drauf scheißen. So. Hals, da war ein Herz drunter, ne? Ja. So. Äh, ab nach rechts jetzt. Na, 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 na. Da wartet der Rote auf uns. Die Roten waren auch nicht gerade wirklich koscher. So. Oh. Ich laufe jetzt einfach immer wieder durch dich durch. Kannst du dir vorstellen. Au. So. Schön. Oh Gott. 1, 2, 3, 4. Moment. Die sind drei auseinander. Ach, natürlich. Ist eigentlich einfach. Ist eigentlich einfach. So. Einmal. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Äh. Äh. Ja, komm, komm, komm. Ah, ich war nicht schnell genug. Ich war nicht schnell genug. Ich sollte vielleicht das Schwert schon aufladen, wenn ich da runterlaufe. So. Okay. Hä, hat doch eben auch funktioniert. So. Vielleicht aber auch. Nee, so nicht. Ähm. Vielleicht aber auch. So. Und so. So. Nee. Das muss so gehen. Hat ja eben auch funktioniert. Ne? Ja. Mit dem mittleren kann ich nichts anfangen. Moment. So kann es aber auch gehen. So. Dann hier reinlaufen. Und. Einmal. Ja. Sehr schön. Nicht runterfallen. So. Äh. Ja. Was war das jetzt genau? Ich gehe mal kurz nach unten. So. Okay. 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 Komm, stirb. Unten ist nix. Für was war der Knob jetzt aber? Verstehe ich jetzt nicht. Schlüssel Nummer zwei. Na 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 na. Ach schön. Jetzt können wir wieder zurück. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt können wir wieder zurück. 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 Sehr schön. Na 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 na. So einfach ist es ja dann doch nicht, Herr Fuchs. So. Zack. Was haben wir hier hinten? Pfeile. Das ist schon mal sehr gut. So, da ist der nächste. Nee, die wollte ich haben. Ganz ehrlich. Aber ganz. Ganz mainstream. Mit, 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 mit dem Schild. Hm, nee. So. So. Ah. Okay. Sehr schön. Und fast tot. Das ist schön, dass wir fast tot sind. Nee, hier waren keine Herzen. Äh. Ja, komm, dann gehen wir erst nach oben links. Dann gehen wir erst nach oben links. Oh Gott. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Was hat das zu bedeuten? Vielleicht, dass ich die mit dem... Ah, ah. Ihr Dreckshänden. Scheiße. Okay, ich lauf einfach weiter. Einmal. Zweimal. Nein. Fuck it. Oh, diese Hände, ne? Diese Hände. Ich glaube, ich sollte hier echt erst alle Gegner besiegen. Und dann, äh, mich drauf konzentrieren. Ähm. Ja. Und mich dann erst drauf konzentrieren, äh. Fuck you. Verpiss dich. So. Am besten die beiden Hände auch. So. So. Du bist auch noch da. So. Ja, spring. Spring übers Feuer drüber. Eins. Zwei. Ah, okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Von links nach rechts ist es dann doch wohl einfacher. So. Echt jetzt. Echt jetzt. Ach, natürlich. Äh. Euch lasse ich jetzt einfach mal außen vor. Okay? Ich hab nix gegen euch, aber... Ach, die Türen gehen damit auf. Natürlich. So. Schlüssel Nummer drei. So. Und jetzt hoffen wir, dass wir irgendwo nochmal Herzen finden. Wo ich mal meine Herzen nochmal ein bisschen auffrischen kann. Ähm. Hier waren wir noch nicht draußen. Ha. Okay. Das ist wieder ein toller, äh, äh, Dings um die... Ja. Hier können wir wieder den Part beenden. Bis denn, euer Nighthawks.